Meine lieben Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Goal & Maddie Personal Training. Folgendermassen, ihr seht, ich habe etwas vor mit euch. Und zwar machen wir heute ein Video über Kalorien fallen. Ich habe mich entschieden, das ein wenig zu unterteilen. Wir haben jetzt einmal Frühstücksachen. Und ich habe auch viele Sachen, die man vielleicht teilweise das Gefühl hat, die sind vermeintlich gesund oder nein, die sind mega ungesund, die darf ich ja nicht nehmen. Ich möchte klar sagen, in diesem Video geht es eigentlich mehr um Kalorien. Also wirklich darum zu schauen, was aus kalorischer Sicht vielleicht mehr Sinn macht. Was ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie man meint. Und nicht im Sinne von, was ist von den Inhaltsstoffen gescheiter. Was ist vielleicht auch Mineralstoff, Spurelement und all das. Das schauen wir uns nicht an in diesem Video. Also bitte seid euch bewusst, wenn ihr das Video schaut, um das geht es nicht. Es geht jetzt wirklich einfach mal um Kalorien, um Zuckergehalt, um Einglissgehalt und alles diese Sachen. Ich würde sagen, wir fangen doch gerade einmal an mit diesen Venen. Ich habe das Gefühl, das Joghurt ist so ein bisschen Standard beim Schweizer zum Frühstück. Und ich kann das hin und vorne nicht verstehen. Wenn ihr wahrscheinlich wissen werdet, ich gebe ja auch Einkaufsberatungen. Und dort ist es tatsächlich so, ich sage jedes Mal, ich kann nicht verstehen, warum ein Joghurt als ein gesundes Morgen angeschaut wird. Ich hoffe ihr gehört mich, da hinten läuft nämlich die Wäschmaschine mega laut. Aber ich glaube, das packen wir. Folgendermassen nimmt hier ein Limette-Joghurt mit 113 Kalorien, 3 Gramm Fett und 16 Gramm Zucker plus 4,3 Gramm Protein, also Eiweiss. Das ist ja nur auf 100 Gramm. Also auf 180 Gramm lupft es einem fast ein Deckel. Da sind 29 Gramm Zucker drin. Für ein gesundes Joghurt. 29 Gramm Zucker entsprechen ziemlich genau 10 Würfel Zucker, die hier drin sind. Jetzt folgendermassen. Ich habe noch einmal das Kir gekauft. Das Kir ist die isländische Form von Magerquark. Und es gibt es auch in Geschmacksvarianten. Jetzt. Ich würde euch empfehlen, dass ihr den vom Lidl, Aldi oder Gobe nehmt. Der vom Migros hat leider recht hohe Zuckeranteile, wenn es um diese geht mit Geschmack. Ich hätte da, dass wir wirklich den Vergleich haben, einen auch wieder mit Zitronengeschmack genommen. Oder besser gesagt ist ein Lemon Cheesecake. Also er hat sogar noch ein Cheesecake-Stückchen drin. Man muss vielleicht noch schnell sagen, das Video ist von niemandem gesponsert. Das ist meine eigene Meinung. Das ist der, den ich am liebsten habe. Jetzt. Ich schreibe euch das alles zum Vergleich. Wir haben hier drin 60 Kalorien. Mögen euch erinnern, das Joghurt hat doppelt so viel auf 100 Gramm. Wir haben 0,2 Gramm Fett im Vergleich zu 3 Gramm. Und wir haben 4 Gramm Zucker und 10 Gramm Eiweiss. Also ein riesiger Unterschied. Es ist beides süss. Es schmeckt beides meiner Meinung nach wie ein Dessert. Und eigentlich schon gar nicht wie ein morgens. Und es kann ein riesiger Unterschied sein. Also auch wenn es Geschmack hat, auch wenn Cheesecake drauf steht. Keine Panik vor dem Skir. Das ist Nummer 1. Dazu kommt sicher noch, dass dieser etwas länger sättigt. Durch den Proteinanteigen, den wir hier haben. So. Dann haben wir Produkt Nummer 2. 1. Toast. Ähm. Folgendermassen. Ich habe euch einmal einen Meerkorntoast gekauft. Und einmal einen normalen Sandwich-Toast. Die Forst ist immer etwas, ich finde das noch spannend. Wie viele Leute haben Angst vor Toast. Jetzt. Ich will euch nicht sagen, dass es gesünder ist, als ein normales Brot. Aber rein kalorietechnisch spielt es überhaupt rein gar keine Rolle, welches ihr nehmt. Weil wir sehen hier. Es ist ja noch angeblich. Es ist ja noch gut angeschrieben. Ich muss sagen, der Migros schreibt seine Sachen noch fast ein bisschen offensichtlicher an als der Gob. Aber wir sehen jetzt hier. Eine Scheibe hat 61 Kalorien vom Meerkorntoast. Und vom normalen, weissen Sandwich-Toast haben wir 63 Kalorien pro Scheibe. Das ist recht wenig. Also ich weiss ja nicht, wie viele Toastos ihr äffnet. Ich würde jetzt sagen, im Normalfall vielleicht etwa 4. 4 mal 63 sind ... 42 ... 252 ... hoffentlich. Und das ist ja nichts. Ich meine, das war nicht einmal die Hälfte meiner Kalorien rein. Nicht, dass ich Kalorien zählen würde. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber, was ich euch sagen möchte, ist, das macht so einen kleinen Teil aus. Jetzt, was man sagen muss, bezüglich Vollkorn oder Meerkorn und Weissbrot, Weissmeldprodukt, all dem. Von den Kalorien her sind die meistens sehr gleich, sehr ähnlich. Aber, das sättigt halt ein bisschen länger als das. Jetzt, wenn ihr jemanden seid, der kein Problem hat, der nachher nicht gleich nach 2 Stunden wieder hinter den Schrank rennt, ist es scheisse egal. Wenn ihr da irgendetwas drauf packt, das ihr länger sättigt, wenn ihr ein Sandwich macht, wo es vielleicht noch etwas Gemüse drin hat, wo ihr noch etwas zu Ballaststoff kommt, voll okay. Esset noch eine Frucht nebenbei und hebt keine Angst vor weissem Brot, weisse Toast, was auch immer. Gerade wenn es um den Sport geht, kann das sogar sehr praktisch und sehr hilfreich sein, weil weisses Brot ist sehr viel schneller verdaut, kann sehr viel schneller vom Körper aufgenommen werden und ist vor einer intensiven Sporteinheit sicher die bessere Wahl, weil bei Vollkornprodukten geht dann sehr viel Energie an den Magen-Darm-Trakt und dann habt ihr die Energie nicht mehr für den Sport. Also, darum spielt keine Rolle. Kalorietechnisch, okay? Dann, als nächstes. Jetzt haben wir Cornflakes. Man muss vielleicht sagen, ich habe hier recht viele Sachen eingekauft, die ich sonst eigentlich nicht einkaufen würde. Dadurch, dass das Pack aber offen ist, sieht man, das ist ein Produkt, das wir zu Hause haben, wir haben einmal Weetabix und einmal Kellogg's Superfood Crunchy Muesli, was auch immer. Ich weiß nicht, ich mache dasselbe Muesli und zwar genau aus dem Grund, habe ich das auch angefangen, quasi verkaufen, in den Shop nehmen, weil es mich so nervt, weil es im Handeln kein einziges zuckerfreies Muesli gibt. Und das ist eigentlich ein weiterer Beweis, was das für ein super Flop ist. Wir kommen jetzt gerade einmal dazu. Also, wenn wir das anschauen, wir haben hier Weetabix, sind so ähnlich wie zusammengepresste Cornflakes. Ich bin absoluter Fan, gibt es vor allem, dass ich das in Australien kennengelernt habe. Man kann aber ganz normal bei uns im Migros kaufen und da haben wir eigentlich ein normales Muesli, Muesli, Granola, sieht gesund aus und so weiter und so fort. Jetzt, wenn wir die zwei Sachen schnell miteinander vergleichen, wir haben 450 Kalorien gegen 362 Kalorien, Beides auf 100 Gramm. Also, wir haben hier eigentlich schon fast einen Unterschied von 100 Kalorien auf 100 Gramm. Ich nehme es nicht an, dass ihr 100 Gramm esst. Aber einfach... Also, man muss wahrscheinlich noch sagen, das ist sicher viel schwerer. Da hat es noch Nüsse drin und alles. Also, bis ihr hier 100 Gramm erreicht habt, geht es sicher viel schneller, als wenn ihr hier 100 Gramm essen möchtet. Weil hier haben zwei Biskui... Hm... Das ist jetzt genau nicht angeschrieben. Sie haben 136 Kalorien. Das heisst, das müssen wir jetzt rechnen können. Hm... Ich sage, das sind nicht einmal... Das sind wahrscheinlich über 40 Gramm. Und nach zwei sind sie echt schon recht voll. Sie haben sehr viel Ballaststoff, statt irgendwo drauf oder auch nicht mehr. Ich gebe sie... Mal, ich weiss es. Sie haben 95% Ballaststoff drin. Das hat das bestimmt auch. Ich habe das irgendwo auch gesehen. Es steht einfach High Fiber. Ah, ich weiss es sogar. Weil das hat 8,7 Gramm und das hat 10 Gramm. Ganz genau. Ballaststoff drin. Also, da haben wir keinen grossen Unterschied. Was aber ein Riesenunterschied ist, wir haben Zucker da drin 4,2 Gramm und Zucker da drin 19 Gramm. Und dann kommen wir noch zum Übelsten meiner Meinung nach. Wir haben hier 2 Gramm Fett drin. Und wir haben hier 18 Gramm Fett drin. Natürlich ist es so, wir haben hier noch Nüsse drin. Und es hat noch Sultanine und so drin. Das Ding ist aber, ich weiss es. Ich kenne euch. Es würdet ihr all das kaufen. Weil da steht Superfood drauf. Da steht Crunchy. Chia-Samen High Fiber. Es ist noch Englisch und hat eine coole Verpackung. Ich sage euch. Das wäre die Besser Wahl. Zwei Biscuits und 136 Kalorien. Das ist nichts. Das könnt ihr auch während der Tour noch mal essen mit etwas Milch. Voll kein Drama. Ähm. Absolut Minimal. Absolut. Dann kommen wir zum nächsten Mal.